Frage 4. Was war dein letzter Not-My-Proudest-Fap-Moment? Ähm... Also, ich lese da gerade V1-Peace. Naja, auf jeden Fall. Für alle... Im Dressrosa-Arc ist halt... sehr geile, die heißt Rebecca. Und dann habe ich, weil ich die so geil fand, mir so Videos von da reingezogen, wo sie eventuell ein bisschen weniger trägt, als sie eh schon trägt. Ah, das war geil, ja? Brody ist 16. Dann ist die 16! Dann ist die 16, Chat! Ist mir so scheißegal, ich habe meinen Pimmel hoch und runter gewirkt! Also. Sag mir mal bitte, dass es eine Rolle spielt, wenn die hier 16 ist. Wenn die hier... Chat, sag mir mal bitte, dass das eine Rolle spielt, wenn die hier 16 ist. Es ist ein fiktiver, gezeichneter Charakter, der... Oh mein Gott! Was hat... Au! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!